Ich bin Jürgen Kleine-Frauens und Bürgermeister der Stadt Lünen. Wenn ich meine Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt weiter fortführen darf, werde ich mich als erstes darum kümmern, dass die seit dem 1. August fehlenden Kita-Plätze so schnell wie nur irgend möglich fertig werden. Ich möchte mich weiter für den von mir vorgeschlagenen Weg mit hohen Investitionen in Schulen, Kitas, Infrastruktur und Digitalisierung einsetzen. Auf diesem Weg haben wir, das heißt Politik und Verwaltung, mit mir als Impulsgeber, uns gemeinsam verständigt. Um aber am Ziel anzukommen, braucht es immer auch Fleiß und Durchhaltevermögen. An Herrn Schmelzer schätze ich sein Engagement für die Sportvereine. Ich hätte mir aber gewünscht, dass er in den 20 Jahren, die er nun im Landtag sitzt, dort auch nur einmal etwas für die Stadt Lünen erreicht. Bitte gehen Sie zur Wahl und sorgen Sie dafür, dass wir zumindest in Lünen weiterhin aktiv an unseren Zielen arbeiten können.